Das Ding hier zu machen mit dem Flugzeug, das hat ja mit André zusammen nicht so geklappt. Ja, mal gucken, ob ich es heute hinkriege. So, wahrscheinlich kriege ich es heute aber alleine auch gar nicht auf die Reihe. Wenn er mitfliegt, habe ich wenigstens eine Motivation, um ein bisschen versuchen, ihn anzubilden. Da war nicht mehr viel Platz. Das war eng. So, verzeiht, wenn ich nicht so viel Quater. Das wird auf jeden Fall nicht mein bester Flug. Nee, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Fuck. Ja, mal schon. Das war ja klar. Jetzt, wo ich alleine unterwegs bin, glaube ich, nicht mehr. Hm. Puh. Okay. 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 Da war nicht mehr viel Platz. Das war eng. Naja, das ist doch immer. Ja, fast. Oh, ich hasse den Korn zu fliegen. Ah, verdammt. Der zückt doch noch die Nase. Was für eine unglaubliche Präzision. Jetzt hat er den Dreh raus. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Oh, verdammt. Verdammt. Das wäre knapp. So, ich hoffe, das war's dann. Yeah. Ja. 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 Ja, aber nur zwei Versuche immerhin gebraucht. Okidoki. Okidoki. Wir haben mal erledigt. So eine Sache gibt es aber noch, die möchte ich jetzt auch noch machen. Wenn er mir hier der Maus anzeigt. Wenn ich's denn jetzt finde, alle. Genau. Nehme ich hier den, äh, das Präpa-Fotos auch mit. Und hier nur gerade welchen Checkpoint. Theoretisch kann ja auch hier einen Helikopter schnappen und dann auch in die Richtung fliegen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Geht wahrscheinlich auch am schnellsten. Hm? Ja, wo stehst du denn? Bin ich jetzt blind? Oder rum? Ja, oben. Hier gibt's den Helikopter. Da kommt man leider denn hier schon wieder rum. Äh, ok. Ne, du, wo wollte ich jetzt eigentlich nicht rauspacken. So, hier. Dann checken wir mal ein. So, Ziel sollte ich natürlich trotzdem jetzt noch markieren. Oh, Krieger war ich glaube ich noch gar nicht. Und er hat sogar Raketen und Maschinengewehr, ok. Das sieht ja an sich schon ganz cool aus. Aber ich lande auf der Seite. So, jetzt habe ich natürlich vergessen. Hm, nicht schlecht. Okay. Äh, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie man singt. Äh. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Ich muss eh noch ein bisschen... ...wegen... ...sweet fliegen. Das ging natürlich gleich in die Hose. Okay. Das war jetzt zu schnell. Das habe ich nicht geschnallt auf die Schnee. Verdammt. Äh. Ja, ich dachte, der gleitet mit dem Wing Street erstmal so ein bisschen. Aber dass der gleich so runter geht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und mir wieder den Hubschrauber holen. Toll. Ihr werdet es mir auch nicht verzeihen. Hm, äh. Wie lande? Ja, Fahrzeug wird geliefert. Sehr schön. So, sinken jetzt mit Kreis. Okay. Kann ich mir merken. Ja, jetzt sollte ich schon mal richtig in die Richtung hier. Wo ist es brav? Ja, hier führt der Ratte tatsächlich auf eine... ...die mir eigentlich eben schon mal auffallen müssen mit der Strafe. Aber ungefähr hier bin ich dran. So. Das hat doch viel besser geklappt als beim letzten Mal. Ja. Hier kommen wir auch noch Kletterhagen hoch. Sehr schön. Hier ist zu weit weg. Ja, wir brauchen Zeit jetzt. Ok Allerdings auch nicht die beste Variante. Hopp, ich will blündern. Nee, will ich jetzt veröffentlichen? Irgendwo ist da noch einer, ok Soll jetzt auch nicht sein, Mann Na ja, mach schon Binde den Eingang zur Mina Das machen wir doch Soll, Eingang zur Mina Wie sehe ich gerade gar nicht Eigentlich, dass wir hier drin Ok Also doch hier drin Aua Das wollte ich die Treppe nehmen können Ja gut, dann halt anders Da Ich glaube ich kann mich dran erinnern, aber ich glaube ich schon mal vor längerer Zeit Von langer, langer Zeit Oh, hier sind überall solche Dinger Ok, wer ist hier nicht drin? Da vorne läuft noch einer rum Oh ernsthaft wo kommt ihr denn jetzt hier alle hier guck jetzt mal hier rüber ok hier geht es also nicht weiter bin hier schon ganz benebel okay wenn wir raus mit der stabil hinter das versteck ok ich würde mal sagen ich bin hier ganz falsch hier müsste es eigentlich wieder rausgehen ne gott hier sind nur zwei leichen hier ist noch ein paar hier ist noch ein paar hier ist noch ein paar ok das sieht relativ richtig aus hier 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 aber wie oft wird es noch aufstehen ok so war das nicht geplant kann ja sein dass der ein bisschen buggy ist ok warum ich jetzt tot bin ist mir eigentlich auch ein rätsel ohne anzau ok hier hier Jetzt haben wir noch einer. Da waren doch eben nicht so viele. So, haben wir einen Ungarn. So, neuer Versuch. Diesmal nimmt er sogar die Treppe. Auf hier war richtig. Ich hatte diesen Viecher. Okay, hier ist sonst nichts drin. Hm. Ist ja eigentlich schön, da ist irgendwo ein Kletterhang oder sowas. Oh, ne. So, wenn du jetzt diesmal nochmal aufstehst, dann weiß ich aber auch nicht. Ein Vorteilspunkt, der da hinten sich. Okay, an sich ist da unten was, ne. Überseht doch hier bestimmt was. Ich hätte nicht versuchen sollen von da oben zu springen wahrscheinlich. Wo mich jetzt klappt das. Ich bin verwirrt. Oh ne, falsche Seite, deswegen. Kein Kommentar, meine Freunde, kein Kommentar. Ja. Ja, wieso leuchten die so komisch. Okay. Okay, kein Monitor mehr. Okay, ich komme nicht weit genug. Okay. Okay, jetzt. Ich wusste doch, die leuchten nicht irgendwie. Na, so ist er einfach. Man muss halt nur mal erst drauf kommen. Hab ich echt keine Munition mehr für die andere? Ne, hab ich nicht. Verdammt. Für die aber auch nicht mehr so viel. Oh, da ist das versteckt. Na dann blüht doch mal, was das Zeug hält. Ich krieg kein Geld, nur Vorteil drauf, wenn das Geld. Okay. Machen wir das also auch. Da geht's wohl hoch. Ach, mit Kletterhacken. Dann kannst du jetzt mal so. Find ich jetzt blöd. Ich dachte schon, ich muss mich da jetzt rüberschwingen. So, da kommen wir dann raus. Sehr schön. Und dann trägt er ihn davon. Ja, ich bedanke mich, äh, fürs Schauen. Ähm, also auch generell. Auch für die anderen Folge. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. 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 Vielen Dank.